Hallo liebe Freunde des fröhlichen Reggae-Sounds. Hier ist Carsten Busch vom King Busch Riggity. Also, wir haben heute Abend wieder Livemusik. Jeden Samstag die geilste Livemusik der Insel. Toll! Gute Laune, Urlaubsfreude. Guck mal hier! Video! Also liebe Leute, kommt mal vorbei. Schaut mal. Ihr könnt doch Karten spielen. Ihr könnt doch Flaschen drehen. Hier geht alles. Prost! Hunde, nein, Hunde lassen wir außen vor. Hunde lassen wir außen vor. Hallöchen, alles Paletti? Ja und selbst. Oh, läuft, ne? Ich hab's schon auf YouTube gesehen. Ehrlich? Ja. Was für eine Scheiße, warte, das müssen wir noch machen. Und wir haben eine neue Menükarte. So geil und richtig lecker. Guck mal. Hammer, richtig geil. Richtig lecker. Guck mal. Guck mal hier. Und Gäste ohne Ende. Geile Gäste. Nur Spaß hier. Top Top. Hammer. Tip Top. So, King Bush Reggae Beach von der Straße aus. Guck mal. Guck mal. Guck mal real. Guck mal so kopf. Guck mal so. Guck mal da. Guck mal so. So schön... Guck mal so. Guck mal so. Guck mal so wunderschön. tous. Ja, war natürlich schön hier. geil oder direkt am strand ananas blumen alles da und das direkt am meer was willst du mehr so kommen wir jetzt kommen wir jetzt die finger davor so jetzt jetzt so noch mal schöne bilder oder coole leute hier also kommt mich besuchen vorbei noch mal blick aus mir eben noch mal blick aus mir ist das schön also wir sehen uns